So. Was? Nice. Wohin? Zu Jack. Dort werden Sie sicher sein. Alles klar. Festhalten. Dann wollen wir mal. Interessante Technik, Serena. Vorsicht. Sorry. Das ist schwieriger, als es aussieht. Hm. Na, wer will hier was? Wer will sterben? Du willst sterben. Okay, komm her. Aber lass die Raketen aus dem Spiel. Das ist scheiße. So. Nach links. Ernsthaft, Jungs. Seid ihr so doof? Da hinter mir ist niemand. Hm, 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 hm. Moment. Gut. So. Schön. So. Ähm. Tja, das wird teuer. Oh man, die haben einen Ladenbesitzer. Aua. Voll ein Schild gegen den Kopf. Nicht gut. Geh weg. Oh man, die armen Leute hier. Hm. Da ist ja noch einer. Hör auf damit. So. Ach, hier sind wir wieder. Was? Nein. Oh, der schöne Brunnen. So eine Verschwendung. Wo ist denn der? Da. So. Hä, wo ist denn hier noch wer? Da. Hör auf zu treffen. Warten Sie einen Moment. Wart. Warum? Ey, wer ballert denn hier? Hä? Auch da vorne. Sag doch was. So. Ja, das war ja ganz toll. Noch einen Schuss und wir sind weg. Ja, das können wir vergessen. Ja. Aber sag doch mal, da vorne sind Gegner. Mann, es ist so scheiße, dass das Spiel nicht mit einem spricht. Wohin? Zu Jack. Dort werden Sie sicher sein. Alles klar, festhalten. Interessante Technik, Serena. Vorsicht. Sorry, das ist schwieriger, als es aussieht. So, komm her, du. Genug davon. So. Hm. Geh, nach links. So. Tö, 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 tö. So, eine schöne Einbahnstraße. Lass sie noch zerstören. Einfach, weil man es kann. So. Und ihr kriegt das hier ab. Das geht schneller. Ich glaube, langsam kapiere ich das. Ja, schön. So. Ach man. All die schönen Gegenstände. So. Noch einer da. Geh kacken. Los, geh kacken, Auto. Kacken sollst du. Und jetzt hier hinwechseln. Genau, geradeaus. Mhm. Oh man, der schöne Brunnen. Der kann aber nix dafür. Ach man. Ist eigentlich so scheiße. So. Hey, jetzt machst du nix. So. Und ihr macht das auch nix. Aha. Viel Spaß in der Luft. Okay, und jetzt kommt ein Heli. Nach links. Ja, wie viele Truppen und Auslösen der auch hat. Und wie viele der schon verloren hat. Na komm, geh weg. Nach rechts. Hm. So. Fahr weiter. Shit. Du Drecksack. Nach links. Wo fahren die überhaupt hin? Ja. Mann. Puh. Haben wir's bald. Warte, warte. Ja, ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Okay. Aha. So, schnell. Waffe wechseln. Ja, genau hier. So. Und weg ist alles. Hehehe. Tja, so viel Zerstörung und Boom. Verstecken sich. Kommen Sie wieder zurück? Ich melde mich. 007. Wir wurden am Flugplatz entdeckt und müssen hier sofort raus. 003s Triumph Daytona 300 müsste irgendwo in der Nähe geparkt sein. Finden Sie sie und kommen Sie so schnell es geht hierher. Wo muss ich hin? Hier hin. Okay, schnell. Verpiss dich. So. Nehmt das. Oi, 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 oi. Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ja, ich bin schon dabei! Gut mache ich! Fahrt die Laderampe hoch! So, gehen wir aus dem Weg hier! Ups! Na los! Wollt ihr mich farschen? Viel zu spät! 007, wir wurden am Flugplatz entdeckt und müssen hier sofort raus! 003's Triumph Daytona 600 müsste irgendwo in der Nähe gebracht sein! Was könnt ihr eigentlich, hä? Kommen Sie so schnell es geht hierher! Mal ganz ehrlich, was könnt ihr? Ja, da war eine Abkürzung. Habe ich zu spät gesehen. Das ist keine Abkürzung, toll! Hm... Verdammt! Verdammt! Und jetzt bin ich tot! Ach man, hätten die das nicht verkackt, dann wären wir schon hier durch! Schnauze! 003's Triumph Daytona 600 müsste irgendwo in der Nähe geparkt sein! Finden Sie sie und kommen Sie so schnell es geht hierher! Mhm... Geh weg! Sooo... Mach mal schön! Hier durch! Da 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 da! Hm... Das Flugzeug rollt zum Start, Sie müssen an Bord gelangen! Ja, ich versuch's ja! So, gib Gas! Wie soll ich das machen? Hä? Hä? 007! Wir wurden am Flugplatz entdeckt und müssen hier sofort raus! 003's Triumph Daytona 600 müsste irgendwo in der Nähe geparkt sein! Finden Sie sie und kommen Sie so schnell es geht hierher! Mhm... Gibt es hier einen Turbo Boost für dieses Ding? Ach so! Okay! Diesmal aber! Das Flugzeug rollt zum Start, Sie müssen an Bord gelangen! Ja los, komm! Mach auf! Komm! Ich fahre ihn durch! Ey, du Drecksack! Ich glaube es hakt bei dir! Nein! Okay! Dieser Scheiss Motorradfahren muss weg! 007! Wir wurden am Flugplatz entdeckt und müssen hier sofort raus! Boah, dieser Drecksack! Der hat alles ruiniert! Mann! Halt die Schnauze! Och... Na warte, du Drecksack! Das machst du kein zweites Mal! Das Flugzeug rollt zum Start. Sie müssen an Bord gelangen. Nimm das, du scheiß Drecksvieh. Komm schon. Mann. Die Ausrüstung zu retten und das Mädchen zu verlieren. Meinen Sie nicht? Ah, 007, ich gebe auf. Sie haben gewonnen. Mach jetzt mal dein Jobbericht, bevor du Witze reisst. 3 von 5, ist mir egal. Dankeschön. Ihr Aufklärungsgerät verfügt nun über eine Sprengladung. Damit können Sie entfernte Ziele zerstören und ahnungslose Gegner angreifen. Ach, jetzt habe ich das erst. Okay. Serena, ja. Hm. Tadadadadadadam. So. Tadadadadam. Oh, Zwischensequenz. Schön. Wir kommen zurück, 007. Wir haben einige Verbesserungen für Sie. Miss Negei. Ihr Tarnanzug machte nun völlig unsichtbar. Aber passen Sie auf. Schnelle Bewegungen zerstören den Effekt. Ich sehe schon, wo das ein Problem sein könnte. Ähm. Und die Spinnenkamera trägt nun Sprengstoff. Sie drücken die Taste und... Bumm. Ich fürchte, dieses Ding bringe ich nicht wieder zurück in Qs Labor. Es ist als Wegwerfgerät gedacht. Ich wünschte, Sie hätten nicht alles, was ich Ihnen gegeben habe, so behandelt. Ich kann auch vorsichtig sein. Wenn ich will, Q. Haben Sie nicht noch etwas Dienstliches zu tun, 007? Ah, hier ist er ja. Ja, wir haben es geschafft, Ihren Evston Martin V12 Vanquish wiederzubeleben. Trotz Ihrer Bemühungen, ihn auf Ihren letzten Missionen zu zerstören. Er hat das übliche Spielzeug. Maschinengewehre, vorwärtsfeuernde Raketen und einen Säureteppich. Ein im Heck angebrachtes Abwehrmittel, das den Gummi von Reifen auflöst. Und bevor Sie fragen, 007. Ja, das Mittel ist biologisch abbaubar. Hm, dieses Auto ist jetzt nicht ausgestirbt an einem anderen Tag. Oder irre ich mich? Ah, komm, nein, diesmal nicht speichern wir. Sicherheitshalber. Na komm, so, zack. Und ja, ich will. Ah, die Gaschaos, okay. Hm. Und, M hier. MI6 bestätigt die Identität von Arkady Yajakov, einem Flüchtigen von Interpol gesuchten Kriegsverbrecher. Es gibt eine Verbindung zwischen ihm und Nikolai Diabolo. Ah ja, Max Sorens Schüler. Ja, und wir glauben, dass er mit der vermissten Nanotechnologie zu tun hat. Bereitet sich auf seine Abschlussprüfung vor. Sie werden sich mit einer amerikanischen NSA-Agentin treffen, Maya Starling. Ihr wurde dieser Fall zugeteilt. Fahren Sie vorsichtig. Agent Starling trifft sie im Park am nördlichen Stadtrand. Okay. Mit dir treffen, na schön. So, mach mal Platz hier. Ich bin James Bond. Bin auf Mission. Auf einer geheimen Mission. Also, mach Platz. Boah, der ist ja ganz schön. Hm. So. Okay. Ups. Äh, das war schon vor kaputt. So. Hm, hm, hm. So. Äh, der fährt sich nicht so gut. Oder ich bin einfach zu schlecht. Oder ich bin einfach zu schlecht. Hallo? 007, hier ist Maya Starling. Was ist geschehen? Wir waren hier verabredet. Ich konnte nicht weg. Ich arbeite undercover als Sängerin in einem Nachtclub, der Arkady Jajakov gehört. Kommen Sie noch nicht her. Jajakovs Lagerhaus ist wichtiger. Jeden Abend um neun nimmt er dort Lieferungen an. Und sein Fahrer ist geradezu Abend im Gambo-Diner. Wenn Sie schnell zum Diner fahren, können Sie seinen Truck stehlen, zum Lager fahren und dort eindringen. Musik in meinen Ohren. Da kommt jemand. Ich muss gehen. Wir sehen uns später im Club. Okay. Machen wir das. Schnell dahindüsen. Und erstmal limpisch rumstehen. Genau, Bond. Sie müssen sich zum Lokal begeben und den Truck entführen. Gut. Machen wir das. Transport Truck. Ja. Okay. Ups. Da muss ich ausweichern. Fahre ich überhaupt richtig? Hm. Hoch. Tö, tö, tö. Tö, 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 tö. So. Und jetzt hier hin. So. Mist. Ah, komm schon. Geh aus dem Weg. Oder muss ich erst Raketen einsetzen? Hä? So. Gleich geschafft. Puh. So. Ein anderer Weg hätte sie vielleicht schneller ans Ziel geführt. Watt. Jetzt auch noch Wünsche oder wie? Ach so. Oh Mann. Schnell. Steig ein und. Oh, leck mich. Gut gemacht, Bond. Und jetzt schnell zum Lagerhaus. Hä? Was? Wie sind die jetzt da reingegangen? Am Steuer? Hä? Ach komm, ich hinterfahre das nicht. Was blockiert mich denn da jetzt? Weiss nix. Aber doch, okay. Und wohin? Dahin, okay. War eh der falsche Weg. Eлюbe ist das Block. Eлюbe ist das Musik. Und da jetzt zur Lupe. Oder es geht.